Ja, es handelt sich bei Kolumbien auf jeden Fall um eine Mannschaft, die physisch stark ist, die auch gut in die Duelle gehen wird. Wir wissen, wie wir dagegen spielen wollen. Es gilt, den Ball schnell laufen zu lassen, aber auch physisch clever zu sein, dagegen zu halten. Und ja, hatten jetzt im Training auch schon einige Formen, trotzdem zum Ballbesitz, Umschaltverhalten, offensiv wie defensiv, weil das eben auch Elemente sein werden im Spiel, die wichtig sind.